Hallo, bei Sammlerwelten das nächste Team, was vollständig ist, was mir aufgefallen ist, was vollständig ist, Werder Bremen, SV Werder Bremen, einmal das Club-Logo, Rafael Wolf, Caldirola, Luca Caldirola, Santiago Garcia, ich muss hier ein bisschen noch anfokussieren, denn es ist ein bisschen schärfer für euch. Theodor Gebre Salassi, Sebastian Prödel, Alejandro Galvez, hat aber keine Werte unten eingetragen, dann der Kapitän, Clemens Fritz vor dem Weserstadion, ja. Felix Kroos, Cedric Macchiadi, Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede, Iced Harjovic, Ludovic Obraniak, Eliero Elia, Franco Di Santo, Nils Pettersson, Franco Di Santo und Nils Pettersson als Sturm-Duo. Ja, das waren alle Karten vom SV Werder Bremen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Teamvorstellung. Tschüss! Ja, das waren alle Karten.